Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wie versprochen haben wir jetzt weiter mit der Hauptquest. Aber zuvor wollen wir mal hier die Ausrüstung uns anschauen. Da haben wir nämlich was Neues. Ja, den brauchen wir nur wirklich nicht. Okay. Und einen Fähigkeitenpunkt haben wir. Da müssen wir aber erstmal wieder sammeln. Da kommen wir nicht weiter. Okay. So, dann wollen wir mal schauen. Quests. Die Hauptquest. Der Weg der Gabinianer. Sprich mit Cleopatra in Herakleon. Dem Ganzen werden wir jetzt folgen. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Und zwar da hoch. Ja, da müssen wir hin. Dann machen wir das doch so hier. Einmal ein paar Schnellreise bitte. So langsam fühlt sich unsere Karte. Es wird ja noch einige Punkte, die verdeckt sind. Das ist wirklich Spaß. los geht's halt bleibt stehen ja ich habe es gerade gemerkt die wachen hier sind sehr aufmerksam ich habe Probleme mach doch was du willst ich will da nicht mit es hält anklären ja auch schon drüber angekommen jetzt sag nicht das war so eine insel wird verrückt hallo tschüss ich jetzt so 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 super das jetzt nicht gedacht blöd einmal durch den dreckigen tümpel hier grünes wasser hier es lebt so so merke lichter herak leon halt bleib stehen was jetzt hallo tschüss hallo tschüss scheiße ja lass doch mal das kette in ruhe das kann doch nichts dafür junge so hallo ich will hier keine zeugen zurücklassen gut gut auch das arme pferd so ja ja alles klar es verschwindet einfach ok weiter geht's ja weg da mit dir wow ja 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 du bist hier gar nix ja 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 sie jetzt ja ja die Stadt oder ja 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 ne ne ja 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 Was ist das denn hier? Hallo Mein Gott Kannst du nicht hochklettern? Das ist doch jetzt nicht wahr Was ist denn hier los? Jetzt da, na bitte So, den Aussichtspunkt nehmen wir gleich noch mit Ich fass das jetzt langsam mal als Arbeitsverweigerung auf bei Also... Mensch, was ist denn los heute? Nein Er will einfach nicht Wow Das kann doch nicht sein, ey Man kann die Folge auch künstlich in die Länge ziehen Was ich eigentlich nicht vorhatte So, jetzt, na bitte Synchronisation beendet Na geht doch Na genau, spring noch auf den Pfeiler da So, jetzt sind wir dann endlich da Robin Hat sich ja wieder das hinten das Deck ausgesucht Wehe, die ist nicht da Ich komme mit euch Ey, ich hole die Truhe da Nein Ah, sieht wer zurückgekehrt ist Bayek von Siva Perfekt, dass du uns in Helda Cleon triffst Der Stadt des Weins Der Frauen Und allem, was ein Major wie du verlangt Und verdient Ah Auf die Königin Bayek Du kommst genau im rechten Moment Kleopatra Ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes Der Orden ist neutralisiert Hab ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen Der Orden darf nicht Und wie viele Namen kommen noch? So viele wie nötig sind Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen Wo er hingehört und nicht Ich schätze euch, Kleopatra Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du's vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen Nichts endet einfach Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt Wir sind deine Pharaonen Du bist ein Magi für ganz Ägypten Folge uns Wir haben ein Geschenk Apropos Magi Gibt es neues von Aya? Aya verteidigt immer noch das Meer Wir erwarten Pompejus und seine Flotte jeden Tag Um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst Ja, Bayek Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken Ein Anschlag auf euer Leben? Durch viel Lackes eures Bruders? Schwer zu sagen Ein Gabinianer, einer von Septimius Kriegern Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann Wir wollten uns mit ihnen verbünden Mit Septimius? Dieser Römer Narr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet Tja, Nüppelblitzer, sag ich doch Na guck, wer bist du denn? Burtsefer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narben! Hier ist ein Geschenk Er ist im Orden der Ältesten, die Septimius Er hat an der Villa herumgeschnüffelt Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat Geld Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich geb einen Scheiß drauf Dir geb ich drauf scheißen Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt Auja Ja Geh und wühle dich durch, Dionysos Stadt Und decke die Verschwörung gegen uns auf Juhu Der Schakal Seppimius ist in der Stadt Seppimius ist in der Stadt Sein wichtigster Finnack ist jetzt ein Mann namens Venator Es gibt Gerüchte, dass er sich gerne im Bordell herumtragt Ich werde die Stadt säubern Und für unsere Sicherheit sorgen Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge Danke fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Bitte Like da lassen Und ein Abo wäre auch wie immer Super Bis zum nächsten Mal Bis dahin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal